hallo minecraft willkommen zurück zu minecraft city tut mir leid ich konnte in den letzten wochen eigentlich oder ich weiß gar nicht wie lang es her ist in der letzten woche oder seitdem ich eben nichts mehr online gestellt habe mein pc nicht mehr nutzen das tut mir riesig leid aber der war irgendwie ich hatte mir irgendwas draufgeladen was dann eben mein server mein rechner kaputt gemacht hat ich sehe auch da oben irgendwie so eine mailbox nachricht ich habe keine ahnung was ich damit jetzt anfangen soll ich muss jetzt erst mal gucken was hier so neues hinzugekommen ist hier in der modernen stadt erst mal nichts ich schaue jetzt mal was sich hier verändert hat und viel mehr werde ich auch in der folge wohl auch nicht machen weil ich muss erst wieder reinkommen dauert alles hier ein bisschen du musst den pc neu aufsetzen minecraft neu installieren ja hat alles ein bisschen gedauert aber ende gut alles gut würde ich sagen wir gehen jetzt zuerst mal zu unserer inbox hier hier haben wir ein brief von maivier das mal kurz ein bisschen da hat noch jemand gebaut noch ein bisschen platz schaffen ich will ja erst mal hier nur eigentlich alles angucken so was schreibt denn mal wie ach so okay so funktioniert das also hey du suchst doch jemand für ein survival let's play da wäre ich dabei nur kein vanilla sagt bescheid survival let's play von maivier nein das ist doch mal eine gute nachricht kann ich jetzt ich kann den brief da nicht reinlegen dann machen wir mal da rein so und dann gucken wir mal oh da hat jemand gebaut da hat jemand gebaut okay hier hat noch irgendjemand so ein paar büscheln gepflanzt ist auch gut und was ist denn hier und da hat sich verschiedene baumsorten das ist schon mal interessant oh hier ist da ist ein alarm los ich will da nicht hin ist mir zu laut hier hat mal wir auch wohl auch weiter gebaut guck mal was hier noch passiert ist ich glaube ich glaube das war der oh nein sorry ich fliege schnell durch oh mein Gott ist ja fürchterlich hat McFisto glaube ich gemacht gehabt sobald sein reaktor leer ist dass da ein alarm angeht so jetzt bin ich mal gespannt was was media hier noch gebaut hat oder ob ich hier überhaupt weiter gebaut hat ein bisschen ein bisschen scheint es hier vorangegangen zu sein oder auch nicht also viel ist hier nicht passiert gucken wir mal weiter wir fliegen jetzt mal zum gelände wo ich die das Taj Mahal bauen wollte und guck mal was da passiert ist ob da irgendjemand was gemacht hat müsste eigentlich in der richtung sein oder naja hier na alles noch so wie ich es gelassen habe bevor ich gegangen bin ja ist ja auch okay muss er hat ja keiner ein auftrag gehabt da irgendwas zu bauen so mal ein apfel futtern nun fliegen wir mal noch zu meinen letzten bauwerken nämlich dem rathaus und der bank mal gucken ob sich auf dem marktplatz was getan hat es dauert alles bis das hier ein bisschen geladen ist ging gar nichts hat sich keiner irgendwie verpflichtet gefühlt was zu bauen naja aber das ist alles nicht so wild das passt so ich lade mal gerade die chunks hier nochmal zu meinem haus dann sollte das nächste mal schon einfacher sein oder moment habe ich was habe ich denn für eine render distance eingestellt ähm video settings ja müsste eigentlich passen naja ok jetzt sehe ich hier auch mehr ok ja ähm das war es jetzt erstmal von der neuen alten folge minecraft city ich werde jetzt die nächsten tage wieder aktiver sein und auch videos online stellen so wie ich es bisher auch gemacht habe täglich ein video von diversen ja spielen zum beispiel ist noch eine folge skyblock offen dann wird skyblock ja abgelöst von crash landings ähm außerdem muss ich dann mal gucken was ich mit mario zock bin ich mal gespannt ähm mayvia sorry das sagt er ja immer ich heiße nicht mal mir ich heiße mayvia ja ich weiß ja ich weiß ähm auf jeden fall ähm ja wird es ab morgen dann wieder regelmäßig folgen von minecraft und anderen let's plays geben beziehungsweise spiele ich ja inzwischen nur noch minecraft ähm ja vielen dank auch für die neuen äh abonnenten freut mich natürlich sehr dass ich äh obwohl ich inaktiv war gerade die letzten tage trotzdem noch zuschauer an locken kann ähm ja wenn es euch gefällt dann teilt doch einfach mal die inhalte oder empfehlt es weiter ähm ja vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao minecraft Dann